Musik Okay, wir müssen jetzt ein Kling. Stopp doch mal. Das hat ganz neulich angesagt. Kann man die machen. Willst du nie, das heißt Revolution jetzt. Soll ich vor dem Kaufland, da hab ich mit so'n Typ ne Flasche Waldmeister schlamm's offen. Und er hatte sein Konzept, das fand ich interessant. Und es brachte mich etwas an's hoffen. Er hat erzählt, Evolution hat uns hierhin geführt, wo wir seien. Und wenn wir dahin wollten, wo früher alles besser war, wär die Evolution der Weg. Das war ein schlauer Mann. Das hab ich gleich gemerkt. Und ich habe Interesse daran, dass uns wieder wirklich damals, äh, als die Menschen primitiv und einfach waren. Denn das ist das, was man meinesgleichen nachsagt. Und wenn ich und die alle, da ist die Lust und nie als Plätze, dann feiern wir alle. Eine große Party mit Wuppertreu und, und nette Leute, Familienfest auch. Aber so steh'n mich mit Frank, äh, 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 schnapp' und, äh, kot' T-tif. Gut. 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 Gut.